und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klembersteinbaus heute nicht mit einer review im eigentlichen sinne sondern mit einem kleinen talk einem kleinen gespräch das ich mit euch führen möchte damit eure augen trotzdem während dieses talks nicht einschlafen müssen habe ich im hintergrund noch ein kleines bild für euch und zwar von dem speed champions polybag mclaren elva so ein kleines mitbringsel set nichts weltbewegendes bevor wir jetzt zum talk kommen möchte ich zumindest noch ein paar worte dazu sagen und ich muss sagen der bau war natürlich super einfach da gab es keine großen probleme es ist nicht spektakuläres aber es hat spaß gemacht in so einem kleinen set sind auch die sticker okay und als kleines mitbringsel finde ich diese kleinen speed champions immer noch wirklich cool und jetzt kommen wir auch schon zu dem punkt den ich mit euch besprechen möchte und zwar ist das wichtigste meiner meinung nach in den reviews und vorstellungen von sets immer die transparenz transparenz in dem sinne dass ich dort frei und offen meine meinung sage und auch versuche wenn ich irgendwelche empfindungen habe euch zu erklären warum ich diese habe und das ist wie gesagt super super richtig für reviews sonst könnte man sich diesen ganzen kanal sparen aber das möchte ich natürlich nicht nur in den reviews und set vorstellungen so handhaben sondern auch was den ganzen kanal betrifft und da möchte ich euch über eine entscheidung informieren die einige kritisch sehen könnten und zwar habe ich diesen kanal monetarisiert jetzt schon seit ungefähr einem monat aber eher noch ein testlauf wirklich monetarisiert würde ich sagen ist der erst ab jetzt aber es gibt zwei verschiedene stufen der monetarisierung das ist auch noch ganz wichtig ich verdiene kein geld damit dass ihr auf ein video von mir klickt diese monetarisierung durch die werbung ist nämlich erst ab 1000 abonnenten möglich youtube schaltet zwar trotzdem vor meinen videos schon seit tag 1 werbung aber ich kann diese nicht beeinflussen und verdiene daran auch nichts der einzige der daran verdient ist die youtube damit es da jetzt nicht zu missverständnissen kommt es gibt nun aber auch eine zweite beziehungsweise in dem fall jetzt erste früherer stufe der monetarisierung und diese ist seit neuesten ab 500 abonnenten möglich und diese partnerschaftsstufe habe ich mit youtube nun aktiviert man kann in dieser stufe mitgliedschaften abschließen bei diesem kanal also man kann kanalmitglied werden und dadurch bestimmte vorteile bekommen das könnt ihr auch nun bei mir werden für einen euro im monat und es gibt einen rang das ist der ehrensittich und diesen rang könntet ihr bei mir abschließen auch könnt ihr in meinem chat superchats schicken indem ihr für nachrichten geld bezahlt damit sie ein bisschen hervorgehoben sind das ist aber jetzt nichts was ich selber vorantreiben würde oder groß bewerben würde nun ist es aber einmal bei diesen superchats und auch bei dem ehrensittich rang ja so dass ihr selber dafür geld ausgeben müsst und auch wenn es beim ehrensittich nur dieser eine euro im monat ist ist mir super super wichtig dass ihr das nur macht wenn ihr diesen euro auch gerne gibt und der euch nicht am ende weh tut denn das ziel sollte es auf keinen fall sein dass ihr diesen euro im monat bezahlt und euch danach schlecht fühlt dass ihr ihn bezahlt habt wenn ihr ihn gerne gebt dann nehme ich ihn gerne an und freue mich über die unterstützung im kanal trotzdem ist das ja davon gekennzeichnet dass ihr dieses geld extra ausgeben müsst es gibt ja aber auch noch eine andere möglichkeit und das sind diese affiliate links diese affiliate links sind bei mir immer mit einem sternchen gekennzeichnet das ist zum beispiel möglich bei aliexpress bei amazon oder auch bei einigen ebay links die ich erstellen kann wenn ihr also über diesen link bestellt bezahlt ihr nicht mehr und ich bekomme einen kleinen teil davon ab von dieser bestellung als provision aber das wichtige ist ihr bezahlt eben nicht mehr und ihr müsst auch nicht unbedingt den artikel kaufen den ich verlinkt habe zumindest bei amazon und bei ebay ist das nicht so sondern ihr könnt auch über diesen link die seite öffnen und dann einen anderen artikel kaufen und das ist eine unterstützung über die ich mich natürlich sehr sehr freuen würde die frage ist auch warum möchte ich diesen kanal überhaupt monetarisieren und die antwort ist da ganz einfach ich möchte damit nicht meinen lebensunterhalt bestreiten oder dadurch reich werden ich meine davon bin ich von der reichweite noch lang entfernt und das ist auch kein ziel auf das ich hinarbeite das ganze hier ist ein hobby aber trotzdem sind natürlich klemmbausteine gerade wenn man in einem festen rhythmus videos dazu uploadet ein sehr teures hobby und besonders ist es teuer wenn man das ganze jahrelang während seiner ausbildung finanzieren muss und es ist ganz klar gesagt ich werde nicht untergehen wenn ihr diesen euro im monat nicht bezahlt und ich werde auch nicht untergehen wenn ihr nicht über einen link bestellt aber trotzdem würden mir eben auch ein paar kleine beträge sehr dabei weiterhelfen diesen kanal weiterhin führen zu können und deshalb habe ich mich dazu entschieden diesen kanal so zu monetarisieren wie ich es euch gerade erklärt habe aber wie gesagt gebt nur geld aus wenn ihr es auch sonst ausgegeben hättet bzw wenn ihr es gerne ausgebt und mich damit unterstützen möchtet das ist mir das wichtigste und ich wollte das ganze einfach transparent mit euch teilen ihr könnt gerne eure empfindungen dazu in die kommentare schreiben und was ihr davon haltet und wenn euch auch dieser kleine talk gefallen hat obwohl es jetzt keine review war könnt ihr wie immer gerne einen daumen nach oben und ein abo da lassen um in zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein und euer welibrig